Mein größtes Spiel war in der A-Jugend und die deutsche Meisterschaft im Finale hier gegen Hoffenheim. Haben wir leider verloren, aber es war ein unglaubliches Verletnis. Leo Messi, wie jetzt auch. Es ist einfach überragend, was der auf den Platz bringt und für mich gibt es keinen Besseren aller Zeiten. In meiner Situation sage ich auch Gesundheit, weil ich weiß, wie es ist, wenn man nicht gesund ist und deswegen ist Gesundheit für mich das allerwichtigste. Mein Lieblingsfilm ist Gesetz der Rache, weil es einfach bis zum Ende spannend ist und das finde ich überragend. Mein Lieblingsfilm ist Privacy von Chris Brown, weil ich einfach die Musikrichtung mag und eigentlich auch nur solche, die Richtung höre. Seit Kindheit schon Milchreis, ich liebe Milchreis einfach und so geblieben. Gute Frage. Also ich glaube, ich hätte mich trotzdem irgendwie mit dem Fußball geschätzt, weil es für mich eigentlich das einzige ist, was mir, ja, wo ich mich richtig für interessiere und deswegen denke ich irgendwas ins Fußball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.